Ein Konzert am Museumsberg Montjuic, mitten in Barcelona. Knapp 200 Menschen, vom gaumelierten Rentner bis zum bezopften Philosophiestudenten, stehen mit konzentriertem Gesicht vor einer Bühne, recken ihre Handys in die Höhe und lassen klingeln, was die Apparate hergeben. Dann Kunstpause und der Dirigent leitet über zum nächsten Satz, rhythmisches Schlüsselklappern. Und anschließend darf gemeckert werden. ¡Vamos allá! ¡Tres, dos! En todo Brebaño hay un macho caprino. ¡Vamos allá! ¡Bien! A ver, preparados. Insisto que en cada ruido, concentraros en el ruido y lo humano, dejarlo atrás. Dejaos llevar por lo internacional. ¡Uy, qué fuerte me ha salido! ¡Bien! ¡Vamos allá! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Bien! 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 Ja, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. A ver... Me explico, me explico, a ver... Abucheros, en función de lo que cada uno empieca, kann man sagen, und dann... ... ... ... ... ... Mit dem man kann man mit den Fijalillos spielen und mit den Fijalillos spielen. 3, 2, 1. Das sind sehr emotionaler Sorgen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Gracias por ser así